Hallo, mein Name ist Julian Kümmerling und wie auch Sie Ihre Produktivität in drei einfachen Schritten steigern können, zeige ich Ihnen jetzt. Als Spezialist für Automatisierungstechnik unterstützen wir Sie dabei, Ihre Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Unseren drei-Schritte-Ansatz Ready, Steady, Grow – von der Vor-Ort-Beratung über die Machbarkeitsanalyse bis hin zur Implementierung. Mit unseren Grow-Automationszellen unterstützen wir Sie dabei. Der erste Schritt heißt Ready. Unsere Produktivitätsspezialisten kommen Ihnen vor Ort in die Produktion und beraten Sie, welche Prozesse automatisiert werden können. Zusammen identifizieren wir die Potenziale und priorisieren diese gemeinsam. Der zweite Schritt heißt Steady. Hier prüfen wir Ihre Prozesse auf Herz und Nieren und der richtige Ort dafür sind unsere Colabs. Hier zeigen wir Ihnen die technische Realisierbarkeit in einem realitätsnahen Applikationsaufbau in unseren Colabs. Wir zeigen Ihnen, ob der Greifer wirklich die Bauteile greifen kann, ob das Wissenssystem die Bauteile erkennt und ob das Lasermarkieren ihre gewünschte Qualität hat. Dann kommt der entscheidende Schritt Grow. Mit unseren Grow-Automationszellen bringen wir die Power der Automatisierung in ihre Produktion. Ob Teilevereinzelung, Lasermarkieren, Montageprozesse – alles kein Problem für unsere Grow-Automationszellen. Die Automationszellen sind modular und flexibel aufgebaut, sodass Sie sich Ihren Bedürfnissen anpassen. Bei den Logistikmodulen können Sie frei wählen zwischen einem Palettierer, einem Förderband, Schüttgut beispielsweise. Die Zelle passt sich individuell Ihrer Logistik in Ihrem Unternehmen an. Schlüsselfertig, CE-zertifiziert, ohne Roboterkenntnisse – das zeichnet unsere Grow-Automationszellen aus. Eine einfache Bedienung, eine spielend leichte Anpassung der Parameter, sodass Sie Bauteile auch selbstständig neu einlernen können. Mit Ready Steady Grow machen wir Automatisierung für alle Unternehmen greifbar. Von der Vor-Ort-Beratung über die Machbarkeitsanalyse bis hin zur fertigen Automationszelle haben Sie mit Schunk einen Partner an Ihrer Seite. Sind auch Sie bereit, den ersten Schritt in Richtung Produktivitätssteigerung durch Automatisierung zu gehen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie schunk.com slash readysteadygrow. Wir freuen uns auf Sie!